Schweden und Finnland sind fest entschlossen, der NATO beizutreten. Zwei Länder, die seit Jahrzehnten quasi als neutral gelten, wollen zu einem militärischen Bündnis. Der Ukraine-Krieg verändert die internationale Sicherheitspolitik. Was bedeutet das für Österreich? Wäre es auch für das neutrale Österreich möglich, der NATO beizutreten? Und wäre das überhaupt sinnvoll? Was spricht dafür und was dagegen? Dranbleiben, wir klären das in diesem Video. Schweden und Finnland wollen in die NATO. Eine Tatsache, die vor ein paar Monaten noch undenkbar gewesen wäre. Die beiden Länder gelten seit Jahrzehnten als bündnisfrei und haben sich aus internationalen Konflikten weitgehend herausgehalten. Der Krieg in der Ukraine ändert das. Der Hauptgrund, Schweden sowie Finnland fühlen sich von Russland bedroht. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich alles verändert. Und ich persönlich denke, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass es eine friedliche Zukunft geben wird neben Russland und wir auf uns alleine gestellt sind. Das sagt die finnische Regierungschefin Sanna Marin. Schweden geht es ähnlich. Ein Beispiel ist die Insel Gotland. Es gibt Befürchtungen, dass Russland die Insel einnehmen und von dort aus Nachbarstaaten angreifen könnte. Aber ein Beitritt für Schweden hätte auch militärstrategische Gründe. Werden die beiden Länder Teil der NATO, könnten sie sich auf die militärische Unterstützung der restlichen NATO-Mitglieder verlassen. Gleichzeitig wäre das auch eine Provokation für Russland. Denn ein Ziel Putins war es ja, die NATO-Erweiterung zu verhindern. Jedenfalls wird die internationale Sicherheitspolitik gerade neu aufgestellt. Die Zeichen stehen auf Aufrüstung. Das geht auch an Österreich nicht spurlos vorbei. Österreich ist eines der Länder, das noch neutral oder bündnisfrei ist. Wir sind damit per Gesetz verpflichtet, uns aus internationalen kriegerischen Auseinandersetzungen militärisch herauszuhalten. Die meisten ÖsterreicherInnen finden das auch gut so. Laut einer neuen Umfrage lehnen 75 Prozent einen NATO-Beitritt ab. Aber immerhin sind 40 Prozent der Meinung, dass die Neutralität nicht vor kriegerischen Bedrohungen schützt. Könnte es also Sinn machen, auch die österreichische Sicherheitspolitik zu überdenken. Immer wieder kommt der Vorwurf, dass es sich Österreich mit seiner Neutralität sehr bequem macht. Österreich gehört keinem militärischen Bündnis an, ist aber in der EU. Bei einem möglichen Angriff würden uns also die restlichen EU-Staaten militärisch unterstützen. Umgekehrt könnte sich Österreich aus Konflikten heraushalten. So wird zumindest der Artikel 42 des EU-Vertrags oft ausgelegt. Ob das im Fall der Fälle tatsächlich so ist, ist ein wenig umstritten. Denn im EU-Vertrag ist, ganz grob zusammengefasst, auch festgeschrieben, dass die NATO-Mitgliedschaft eine wesentliche Rolle spielt. Würde es also zu einem Konflikt kommen, der mehrere EU-Staaten betrifft, könnten NATO-Mitglieder zuerst unterstützt werden. Blöd für Österreich. Auch deshalb haben Anfang Mai einige Prominente einen offenen Brief veröffentlicht. Sie fordern eine Debatte über eine neue Verteidigungspolitik für Österreich. Unsere Neutralität, in der Praxis sehr flexibel interpretiert, wurde nie auf ihre aktuelle Zweckmäßigkeit überprüft, sondern zum vermeintlich unantastbaren Mythos erhoben. Uns eint die Überzeugung, dass der Status quo unserer Sicherheitspolitik nicht nur unhaltbar, sondern gefährlich für unser Land ist. Eine, die den offenen Brief auch unterzeichnet hat, ist die Sicherheitsexpertin Velina Czakarova. Sie hält im ZIP2-Interview einen NATO-Beitritt in absehbarer Zeit zwar für unrealistisch, wünscht sich aber eine neue Sicherheitsstrategie für Österreich. Derzeit sieht es nicht danach aus. Alle Parteien, mit Ausnahme der NEOS, halten an der Neutralität fest. Die Argumentationen sind durchwegs ähnlich. Österreich ist einerseits in einer geografisch günstigen Lage, also weit weg von Russland, andererseits steht die Bevölkerung hinter der Neutralität. Warum die Neutralität für so viele zur österreichischen Identität zählt und wie es überhaupt dazu gekommen ist, habe ich schon mal in einem anderen Video zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Rein technisch gesehen wäre ein NATO-Beitritt übrigens möglich. Dazu müsste das Neutralitätsgesetz geändert werden. Weil das Verfassungsrang hat, braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Und das ist, wie gesagt, derzeit unrealistisch. Und eine neue Sicherheitsstrategie würde natürlich auch Aufrüstung bedeuten. Wer auf militärischer Ebene mitmischen will, muss auch mehr Geld für das eigene Militär ausgeben. Aber was sagt ihr dazu? Findet ihr das gut? Bräuchte es mehr Geld für das Militär und eine neue Sicherheitsstrategie? Oder passt eh alles gut, wie es ist? Schreibt es uns unten gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es und passt auf euch auf.